Entschuldigung. Soll ich fragen? Nein. Gut, also wo gehen wir nachher noch was trinken? Hier und jetzt wär gut. Das ist doch wohl ein Witz, er ist noch da. Gestern Abend hat er die ganze Zeit nur über dich geredet. Michelle ist so klug und dazu noch so hübsch. Eigentlich schüchtern mich große Frauen ein. Michelle aber nicht, sie ist einfach wundervoll. Aber das Essen war großartig und der Kerl ist wirklich nicht geizig. Ich hab jetzt keinen Nerv für sowas. Sag ihm, ich sei tot und wir sehen uns nächsten Monat. Ah, Hubble, du hast mich erschreckt. Tut mir leid, ich bin wohl etwas zu stürmisch gewesen. Du siehst wunderbar aus. Danke. Und, wie lief das vortanzen? Es lief großartig, danke. Ja, das hab ich mir schon gedacht. Hier. Danke. Hubble, ich muss mich jetzt fertig machen. Gut, mach nur schnell dein Geschenk auf. Gut. Hubble. Gefällt sie dir? Was für eine Frage, ich kann's gar nicht fassen. Ich hab in meinem ganzen Leben noch nie sowas Schönes bekommen. Mein Vortanzen lief gar nicht gut. Es war ein Desaster, ich durfte nicht mal tanzen. Michelle. Darf ich dich nach der Show zum Essen einladen? Wenn du willst, essen wir einfach nur ein Dessert. Ja. Essen gehen wär toll. Ich weiss, gut. Ich weiss. Gerne. Ich weiss, gut. Ich muss mich anschauen, ich wäre das Doktor. Ich komme mir einfach nur mit dabei. Ich gehe jetzt mal mit dabei. Untertitelung des ZDF, 2020